Ciao zusammen, ich bin Can und das ist der Alex. Hallo zusammen. Wir sind zwei gelernte Bierbrauer aus Bern. Wir haben uns in einer grösseren Brauerei in Bern umgeblich kennengelernt. Wir haben in ihren Sünden gefunden, dass wir das auch machen. Zuerst im kleinen Maßstab. Wir haben vor vier Jahren gegründet und in Selbstständigkeit reingegangen. Wir sind dann immer ein bisschen weiter gewachsen. Und ja, da sind wir jetzt. Wir sind vor allem tätig in der Gastronomie Bern. Kleine, ausgewählte Restaurante und Baren, die wir beliefern. Und ja, das sind wir. Wir freuen uns auf euch.